Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs definieren. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Definiert, definierte, hat definiert. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich definiere, du definierst, er definiert, wir definieren, ihr definiert, sie definieren. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich definierte, du definiertest, er definierte, wir definierten, ihr definiertet, sie definierten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe definiert. Du hast definiert. Er hat definiert. Wir haben definiert. Ihr habt definiert. Sie haben definiert. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich definiert. Ich definiere, du definierst, er definiere, wir definieren, ihr definiert, sie definieren. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich definierte, ich definierte, du definiertest, er definierte, wir definierten, ihr definiertet, sie definierten. Den Schluss macht der Imperativ. Definiere du, definieren wir, definiert ihr, definieren sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb definieren. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zz.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.